Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich möchte heute über eine ganz entscheidende Frage mit Ihnen sprechen. Es ist die Frage der Bildung in der katholischen Lehre. Es ist die Frage des Katechismus. Es ist die Frage des Lehrens und Lernens der katholischen Inhalte. In Österreich sind in der Schule zwei Stunden Religionsunterricht vorgeschrieben. Die erste Note in den Zeugnissen der Kinder ist immer die Religionsnote noch. Der Religionsunterricht ist eigentlich das wichtigste Unterrichtsfach. Formell ist es noch so, praktisch ist es aber seit Jahrzehnten ganz und gar nicht mehr so. Das religiöse Wissen ist trotz des Religionsunterrichtes, trotz zwölf Jahre Religionsunterricht, zwei Stunden pro Woche bei Null angekommen. Die Kinder und Jugendlichen können nicht einmal die Grundgebete, das Vaterunser, das Gegrüßet seist du Maria, das Ehre sei dein Vater, das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig. Sie kennen die zehn Gebote nicht. Sie wissen nicht, was die Gebote der Kirche sind. Sie haben keine Ahnung, was Sakramente überhaupt sind, was die Heilige Messe ist, was die katholische Kirche ist. Wenn sie katholisch hören, wenn sie über katholisches nachdenken, dann sind sie und die ganze Bevölkerung vielmehr geprägt durch all das, was die Medien seit Jahrzehnten bringen. Und das natürlich völlig losgelöst ist von den eigentlichen Inhalten der Kirche. Und so versteht man vieles nicht, so sieht man nur das Negative, nur das allzu Menschliche an der Heiligen Kirche. Und darum wäre es so entscheidend, so wichtig und muss man eigentlich alle auch auffordern, sich mit den katholischen Glaubenslehren erneut auseinanderzusetzen. Es lohnt sich, wenn man hier eindringt in die verschiedensten Fragen. Bildung ist immer Formung. Formatio, in den romanischen Sprachen, wenn von Bildung die Rede ist, ist immer auch von Formatio die Rede. Formende, bildende Wirkung muss der Unterricht haben, in welcher Disziplin auch immer und eben auch im Religiösen. Grundregel für jeden Unterricht und auch für die Vorbereitung des Unterrichts ist die Regel, die der heilige Thomas von Aquin einmal aufgestellt hat. Sapientis est ordinare. Des Weisen, Aufgabe könnte man sagen, ist es, die Dinge zu ordnen. Wir brauchen für unseren Geist eine Ordnung, die aufgestellt ist, die eben durch Jahrzehnte, Jahrhunderte langes Studium schon da ist. Und durch diese Ordnung können wir dann auch wunderbar weiter studieren. Aus der Willkür heraus, aus dem Bauchgefühl heraus, aus der reinen Innerlichkeit, im Sinne eines Subjektivismus heraus, lässt sich kein ernsthafter Religionsunterricht betreiben. Lässt sich nichts Ernsthaftes, Wissenschaftliches auch sagen. All diese Dinge müssen wir beiseite lassen. Es braucht wirklich Wesentliches, Wesentliches, das wir wissen, Wesentliches, wo wir uns auskennen. Schon einmal im 16. Jahrhundert war es um das katholische Wissen, um das Glaubenswissen schlecht bestellt. Es war in der Zeit der Reformation mit allen Umbrüchen. Und so hat das Konzil von Trient, das eben ein großes Bildungskonzil auch war, im besten Sinne des Wortes angeordnet, dass hier in diesem Bereich auch etwas getan werden muss. Und infolge des Konzils von Trient haben große Heilige der nachttridentinischen Zeit sich dieser Frage gewidmet. Es sei allen voran der heilige Papst Pius V. genannt mit dem sogenannten römischen Katechismus, mit einem Buch, das den Pfarrern gewidmet ist, wo sie alle Grundlagen drinnen haben für ihre Katechese, für ihren Religionsunterricht, auch für ihre Predigt. Es muss der heilige Karl Borromeus genannt werden, der untrennbar auch mit dem römischen Katechismus verbunden ist. Und so dann müssen wir den heiligen Petrus Canisius nennen und auch den heiligen Robert Bellarmine erwähnen. Zwei große Jesuiten der nachttridentinischen Zeit in ihrer Wirkungsgeschichte, die hier ganz Grundsätzliches getan haben, Katechismen geschaffen haben. Etwa der Katechismus des heiligen Petrus Canisius, der sogenannte Frage-Antwort-Katechismus, dann auch für die einfachen Leute, für die Kinder, der zum maßgeblichen Mittel wurde für viele Jahrhunderte und auch noch heute von höchstem Wert ist. Das Verkündigungsgut, der Katechismus, die Inhalte des Katechismus, die müssen logisch gegliedert sein, müssen in ihren inneren Zusammenhängen dargestellt werden und im Gesamtgefüge auch erkennbar werden. Und so haben wir ein Projekt begonnen, eben mit den Mitteln auch der jetzigen Zeit, mit den Mitteln des Internets, mit den modernen Kommunikationsmitteln, das überlieferte Glaubensgut, die katholische Lehre ihnen näherzubringen. Die Glaubenslehre, dann auch die Morallehre, die Lehre über die Sakramente, über das Heil, das wir durch Christus, dann durch die heilige Kirche empfangen und so dann auch das Gebetsleben. Und so wollen wir Ihnen den traditionellen Katechismus näher bringen. Wir verwenden hier den österreichischen Schulkatechismus. Wie er bis Anfang der 60er Jahre im Unterricht verwendet wurde, wie ihn Generationen von Jugendlichen durch Jahrhunderte verwendet haben und so eben ein klares katholisches Wissen empfangen haben. Und erst mit diesem Wissen, erst mit diesen Grundlagen wird man befähigt, überhaupt irgendetwas Rechtes sagen zu können über die Kirche. Die allermeisten wissen ja nicht einmal mehr, was die katholische Kirche überhaupt ist. Und ich traue mich jetzt etwas sehr Provokantes zu sagen. Auch der Großteil der Priester und auch ein Teil unserer Bischöfe weiß nicht mehr, was die katholische Kirche ist. Sonst würden sie ganz anders handeln. Und so kann ich nur alle einladen, von oben nach unten, von links nach rechts zum Katechismus zu greifen. Wir denken aber in der Kirche normalerweise nicht in diesen politischen Kategorien von links und rechts. Und gerade das können wir durch ein Eindringen in die Glaubenswahrheiten, in die Sittenlehre und so weiter, dann beiseite lassen. Es geht in der Kirche um oben und unten. Es geht darum, wie wir unser Leben hier auf Erden gut leben, um unser letztes Ziel zu erreichen, dem Willen Gottes entsprechend. So wünsche ich Ihnen alles Gute beim Studium des Katechismus, beim Lernen. Ich hoffe, wir können Ihnen in hinreichender Weise auch die Mittel zur Verfügung stellen, damit Sie den Katechismus gut lernen können, damit Sie die katholische Glaubens- und Sittenlehre in ihren Grundlagen sich aneignen können. Diejenigen, die den Katechismus können, so wie unsere Vorfahren, wie unsere Großeltern, Urgroßeltern, die haben ein größeres theologisches Wissen als die meisten Theologen an unseren gegenwärtigen Universitäten und Hochschulen. Das kann ich Ihnen aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele geradeaus sagen. Studieren Sie, lernen Sie und, das ist noch ein weiterer Schritt, verinnerlichen Sie das, was Sie im Katechismus, in der katholischen Glaubenslehre und Sittenlehre vorfinden und dann die praktische Anwendung auf Ihr eigenes Leben. Wir müssen den Glauben bewahren und wir müssen uns im Glauben bewähren. Das ist von uns Christen gefordert. Gottesreichen Segen Ihnen allen. Gotteslichen Segen